Sehr geehrte Damen und Herren und andere des Internets, ich freue mich sehr, dass sie eingeschaltet haben. Ja, also ich habe in meinem letzten Video schon ein Serienvideo angekündigt und ich sitze hier immer noch mit meinem Mikrofon. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren sagen, ob ihr das irgendwie störend oder nervig findet. Aber ich finde es irgendwie so ganz geil, was in der Hand zu haben, muss ich sagen. Ich komme mir sonst oft so verloren vor, wie so im Club ohne Getränk und Kippe, wenn du so denkst. Heute kommen von mir Serienempfehlungen. Ich würde euch heute gerne fünf Serien vorstellen, die meiner Meinung nach einen absoluten Suchtfaktor haben. Deswegen will ich nicht lange drum rum labern und starte direkt mit der ersten Serie. Die erste Serie, die ich euch empfehlen möchte, ist auch die Serie, die ich zuletzt geguckt habe. Also die habe ich gerade gestern Abend beendet und es war für mich eine wirklich krasse Überraschung. Also das ist was, da könnte ich mir vorstellen, die Serie kennen die wenigsten. Und zwar handelt es sich um die Serie Kein Friede den Toten oder auf Englisch, glaube ich, The Innocent. Und es ist eine spanische Serienverfilmung auf Netflix. Also es ist eine Netflix-Serie des gleichnamigen Romans von Harlan Coben. Ja, und in der Hauptrolle ist Mario Casas. Wer den Jack und Sam Podcast hört, weiß, ich bin großer Mario Casas-Fan seit drei Meter über dem Himmel. Ich erzähle euch erstmal kurz, worum es geht und dann sage ich euch, was ich für ein Feeling von der Serie hatte. Mario Casas ist in der Hauptrolle und spielt Matteo. Matteo hat eigentlich ein ganz normales Leben und ist irgendwie in so einem Club unterwegs mit seinem Crush und seinem Bruder. Und dann beginnt eine Schlägerei in dem Club. Die Leute gehen raus, so wie das ist. Das klären wir vor der Tür, ihr wisst schon. Und Matteo sieht halt, dass sein Bruder mit dabei ist und geht dementsprechend mit raus. Er will sich aber gar nicht mit prügeln. Aber er gerät halt irgendwie da rein, weil er angerempelt wird. Und dann wurde er geschubst von einem und schubst den zurück. Und der fällt unglücklicherweise hinten rüber. Danni heißt der, glaube ich. Und schlägt mit dem Kopf auf einem Stein auf und ist instant tot. Da Leute vor Gericht gegen Matteo aussagen, landet Matteo dann für, glaube ich, vier Jahre im Gefängnis. Und sein Leben ändert sich radikal. Als er aus dem Gefängnis rauskommt, und ich glaube, er hat sie sogar ein bisschen früher kennengelernt, als er einmal kurz so Ausgang hatte, lernt er Olivia kennen. Und über Olivia wissen wir am Anfang eigentlich relativ wenig, nur dass die beiden glücklich zusammen sind und ein Haus suchen. Und Olivia erzählt ihm dann auch, dass sie schwanger ist. Und eines Tages sagt sie dann halt zu ihm, sie hätte eine geschäftliche Reise nach Berlin. Und er bringt sie dann zum Flughafen, sie fliegt weg und ja, dann auf einmal bekommt Matteo ganz merkwürdige und gruselige Bilder und Videos und Nachrichten und Anrufe von Olivias Handy von einem Mann. Und ich will nicht zu viel verraten, deswegen rede ich so vorsichtig. Auf jeden Fall erfährt Matteo, Olivia ist nicht da, wo sie sagt, dass sie ist. Sie ist nicht in Berlin, sie ist nicht in besagtem Hotel und er begibt sich auf die Suche nach ihm, nach ihr. Ich will nicht mehr verraten, weil ja, das ist irgendwie so, wenn ich euch jetzt wirklich das erzähle, was das Krasse an dieser Serie ist, dann würde ich euch halt voll viel vorwegnehmen. Das wäre irgendwie ein zu großer Spoiler, deswegen belasse ich es dabei. Ich möchte dazu sagen, ich fand die Serie am Anfang scheiße. Die ersten zwei Folgen haben mich übelst abgeturnt. Und es ist irgendwie, es war alles so wir, es gab so viele verschiedene Personen, deren Lebensgeschichte vorgestellt wurde. Es ist halt so ein ganz anderer Stil nochmal. Vielleicht ist das in Spanien irgendwie gang und gäbe, dass das so anders vorgestellt wird. Ich kam irgendwie nicht so richtig rein und wollte die Serie eigentlich abbrechen. Und meine Mama hat dann gesagt, ah, warte, ich habe gerade gegoogelt. Ich habe gehört, in Folge drei und vier strömen diese Geschichten so zusammen. Und dann sind wir am Ball geblieben und ich bereue es überhaupt gar nicht, weil diese Serie so krass wurde und so spannend. Und da sind Dinge passiert, mit denen hätte man niemals gerechnet. Und ich bin richtig abgetaucht in diese dunkle Welt, in die Matteo da eingezogen wird. Und kann die Serie wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich hatte ganz große Freude daran und hoffe, dass ich noch mehr so geile spanische Serien entdecke. Die nächste Serie, die ich euch vorstellen möchte, kommt aus Südafrika. Ja, es handelt sich um eine südafrikanische Netflix Original Drama Serie. Die Serie dreht sich um die 17-jährige Puleng Kumalo, die in Kapstand lebt. Puleng lebt dort mit ihrer Familie und diese Familie hat eine ganz spezielle Geschichte. Es ist nämlich so, dass Puleng einen kleinen Bruder hat und eigentlich auch eine 17-jährige gleichaltrige Schwester. Ich weiß gar nicht, ob die beiden Zwillinge sind. Nee, es sind, glaube ich, keine Zwillinge. Und auf jeden Fall keine eineigen. Naja, wurscht. Auf jeden Fall. Diese Schwester wurde kurz nach der Geburt im Krankenhaus entführt und lebt dementsprechend nicht bei der Familie Kumalo. Und sie haben keine Ahnung, wo ihre Tochter und Schwester verblieben ist. Sie wissen nicht, ob sie lebt oder ob sie nicht lebt. Und diese dramatische Geschichte liegt halt wie ein Schatten über der Familie Kumalo. Und einmal jährlich feiert die ganze Familie den Geburtstag der verschwundenen Schwester. Und Puleng findet das aber gar nicht so geil, weil sie so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Lebenden der Familie eigentlich überhaupt gar keine Beachtung bekommen, weil es die ganze Zeit nur um das verschwundene Kind geht. Und deswegen ist sie am Tag des Geburtstags irgendwie so ein bisschen sauer und teilt ihrer Mutter auch ihre Gedanken mit und verschwindet dann von dieser Geburtstagsparty und landet auf einer sehr, sehr großen Highschool-Party. Und dort lernt sie die beste Schwimmerin einer Elite-Schule kennen. Und dieses Mädchen kommt Puleng sehr, sehr vertraut vor. Und sie vermutet, dass das eventuell ihre verschwundene Schwester sein könnte. Und ja, Puleng begibt sich dann auf den Weg, auf Detektivarbeit und wechselt auch die Schule, weil sie wird von ihrer Schule geschmissen. Und dann wechselt sie halt auf diese Elite-Schule und beginnt da sozusagen mit ihren Nachforschungen. Auch bei dieser Serie hatte ich ein bisschen Probleme, am Anfang reinzukommen, weil es so ein bisschen, na, der Vibe war so ein bisschen anders. Man ist vielleicht so, ich bin total gewohnt, immer super viel deutsche und amerikanische und britische Serien zu sehen. Und wenn dann Serien zum Beispiel aus Spanien oder Südafrika kommen, ich glaube, dann muss ich erst mal so den Vibe, die Art, wie die so drehen, so ein bisschen catchen und mich da so reinfallen lassen. Das dauert manchmal ein bisschen. Und auch bei dieser Serie hat es so ein, zwei Folgen gedauert, bis ich so drin war, weil alles so ein bisschen distanziert erst auf mich wirkte. Aber dann war ich voll drin. Und ich glaube, wer so ein bisschen auf Spannung steht und düstere Erforschungen und Geschichten, aber auch auf Coming-of-Age und so Teenie-Highschool-Serien, der ist hier, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit der Serie. So, kommen wir zu einer wirklich großartigen Produktion und zwar Little Fires Everywhere. Ich weiß gar nicht, wie bekannt die Serie ist, aber falls ihr sie noch nicht gesehen habt, gebt euch sie. Sie hat mir wirklich großen Spaß gemacht und es ist für mich eine, ich nenne das immer Serien-Wie-Serie, weil wenn mir eine Serie wirklich, wirklich doll bei mir hängen bleibt, die mir wirklich großen Spaß gemacht hat, dann gebe ich immer auf Google ein Serien-Wie. Und in diesem Fall habe ich sehr oft Serien wie Little Fires Everywhere eingegeben und habe da auch schon viele gute Serien drüber gefunden, die ich euch auch noch vorstellen werde. Little Fires Everywhere ist eine Mini-Drama-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman basiert und die hat wirklich eine Star-Besetzung. Also ich muss mal hier gerade gucken, in den Hauptrollen sind wirklich relativ bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Carrie Washington und Reese Witherspoon. Das Ganze spielt in den 90er Jahren, lieben wir. Ich liebe alles, was in den 90er Jahren spielt, das muss ich euch einfach mal sagen. Ja, und es spielt in einer idyllischen Vorstadt von Cleveland. Reese Witherspoon spielt Elena und Elena lebt den Traum einer perfekten Vorstadtfamilie. Also die kannst du wirklich so auf jedes Werbeplakat drucken. So, die haben ein schönes Häuschen, sie ist Journalistin, die haben gut Kohle, zwei oder drei Kinder haben die, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, alles ist irgendwie idyllisch und toll. Zu Beginn der Serie kommt dann Mia Warren mit ihrer Tochter in die Stadt. Mia Warren hat Probleme, ein Haus zu finden, weil wir befinden uns in den 90er Jahren. Mia ist nicht nur Künstlerin und ist deswegen finanziell so ein bisschen instabil. Es sind auch noch die 90er Jahre und sie ist Afroamerikanerin und befindet sich in Cleveland und ist halt auch noch alleinerziehende Mutter. Dementsprechend hat sie einfach Probleme, eine schöne Bleibe für sich und ihre Tochter zu finden. Und sie lernt dann aber Elena kennen und Elena sagt, überhaupt gar kein Problem, wir haben da eine Immobilie, ein schönes Haus, da könnt ihr einziehen. Dementsprechend sind diese beiden Familien von Anfang an der Serie direkt miteinander verbunden. Als dann aber Freunde von Elena ein chinesisches Baby adoptieren wollen, da kippt so ein bisschen das erste Mal der Frieden. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Und es gibt jetzt auch gar nicht so diesen riesengroßen Plot, wo man sagt, wow, und dann passiert diese eine große Sache und dann wird alles super krass. So ist das bei dieser Serie irgendwie gar nicht. Ich habe auch mal eine Review gelesen, dass jemand geschrieben hat, man weiß irgendwie so gar nicht, was da passiert. Also es war eine relativ kritische Review und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil auch wenn nicht so große Sachen passieren, finde ich, dass diese Serie total künstlerisch ist. Es hat mir richtig gut gefallen. Die hat so einen ganz geilen Rahmen und ich mochte den Vibe. Ich liebe die Schauspieler und Schauspielerinnen da und ja, mir hat die wirklich unfassbar gut gefallen. Und jeder, der diese Art von amerikanischen Dramaserien mag, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Was ich auch noch ganz schön fand, war, sie ist irgendwie nicht so stereotypisch, nicht so ganz stereotypisch aufgebaut. Also wir haben hier zwar die Kluft zwischen Arm und Reich und Weiß und Schwarz, also zwei Dinge, die zusammenkommen, aber nicht zusammenkommen müssen und in diesem Fall halt so in dieser Konstellation kommen. Aber trotzdem finde ich das bei Elena als weiße, privilegierte Amerikanerin, die ihr perfektes Fortstadtleben führt, aber auch bei mir irgendwie so sehr viele Grauabstufungen und Zwischenräume gezeigt werden. Also ich habe an vielen Stellen auch noch mal nachgedacht und fand das irgendwie toll, wie das dargestellt wird und auf einer menschlichen Ebene insgesamt einfach. Jetzt gar nicht einer bestimmten Thematik zugeordnet, sondern so insgesamt fand ich, ja, würde ich sagen, dass besonders die Gedanken über die Rolle der Mutter irgendwie auch noch mal so in einem wühlen. Und naja, egal. Schaut es euch an, ich kann es jedem nur empfehlen, großartige Serie. So, bleiben wir doch einfach mal genau in der Ecke und kommen zu Big Little Lies. Eine weitere Serie mit Reese Witherspoon, die ich gefunden habe über Serien wie Little Fires Everywhere. Und dann wurde Big Little Lies zu einer Serie, wo ich immer eingebe, Serien wie Big Little Lies. Und ich weiß gar nicht, ob das dieselbe Produktion ist. Es kann sogar gut sein. Auf jeden Fall auch eine großartige Produktion. Und alter Schwede, habe ich gelitten und geschwitzt bei dieser Serie. Also, es handelt sich um eine Serie mit so Star-Besetzung. Jetzt könnt ihr mal zuhören hier. Nicole Kidman, Laura Derm, Meryl Streep, Shailene Woodley und Zori Kravitz. Ich weiß nicht, ob ihr jeden davon kennt, aber wenn ihr sie googelt, habt ihr sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Also eine absolute Star-Besetzung. Big Little Lies ist eine Mini-Drama-Serie und es dreht sich um die alleinerziehende junge Jane. Die zieht neu in die Stadt und kennt noch keinen und freundet sich dann mit zwei Frauen an, deren Kinder in dieselbe Grundschule gehen wie ihr Kind. Diese Frauen sind einmal Madeleine, gespielt von Reese Witherspoon. Das ist so eine ganz quirlige, gut gelaunte Frau, die ein Organisationstalent hat und sich total gern um die Angelegenheiten anderer Leute kümmert. Sehr aufgeweckte, positive Person. Und Celeste, gespielt von Nicole Kidman, die eine ehemalige so Star-Anwältin ist, jetzt aber nicht mehr. Und mit, wie heißt der nochmal? Lasst mich kurz gucken. Mit dem wohlhabenden Unternehmer Perry verheiratet ist, gespielt von Alexander Skarsgård. Alle Vampir-Fans wissen, wer das ist. Und sie hat auch zwei sehr, sehr wilde Zwillinge, genau. Die sind halt so befreundet. Und dann gibt es einen Abend eine Spendengala in der Grundschule, wo es zu einem Todesfall kommt. Und es ist nicht klar, also ein Mordfall, nicht ein Todesfall, ein Mordfall. Verwickelt in diesen Mord sind die oben genannten Frauen plus, hier, wie heißt sie? Zoe Kravitz, die neue Frau von Madeleines Ex-Mann, auf die Madeleine auch ganz schön eifersüchtig ist. All diese Frauen sind in diesen Mordfall verstrickt und dann geht im Grunde genommen die Serie darum, dass aufgelöst wird, wie es dazu kam. Ich fand das so spannend, Leute. Wirklich, die Serie hat mir so gut gefallen. Das gehört zu meinen absoluten Top-Empfehlungen seit bestimmt zwei Jahren. Dementsprechend, falls ihr die noch nicht gesehen habt, gebt sie euch auf jeden Fall. Kleine Trigger-Warnung. Ich weiß nicht, ob man es in der ersten Staffel schon so sieht. Es gibt zwei Staffeln, die beide großartig sind oder ob es in der zweiten mehr zutage kommt. Auf jeden Fall Trigger-Warnung häusliche Gewalt und vielleicht auch sexuelle Gewalt. Das weiß ich nicht mehr genau. Ist schon ein bisschen her, seit ich das gesehen habe. Passt da auf jeden Fall ein bisschen auf, weil ich als Nicht-Betroffene hatte schon sehr intensive Gefühle der Machtlosigkeit und der Wut. Also das hat wirklich ganz schön was mit mir gemacht. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr da dünnhäutig seid und überspringt die Serie oder spult die Sachen halt einfach vor. Ihr wisst schon selbst, wie ihr damit umzugehen habt. So, jetzt fehlt es mir voll schwer auszusuchen, welche Serie ich jetzt als letztes noch mit reinnehme, weil ich jetzt einfach noch so fünf, sechs richtig gute Serien zur Auswahl hatte. Oh mein Gott! Aber ich habe mich jetzt entschieden, weil wir doch sehr, sehr viel Thriller und Drama hatten, mir eine der Comedy-Serien rauszuziehen. Und zwar handelt es sich dabei um Young Sheldon. Ich finde dafür, dass Big Bang Theory so ein Riesending war, habe ich super wenig über Young Sheldon gehört. Vielleicht liegt es daran, dass es bei Prime und Join ausgespielt wird und nicht bei Netflix. Auf jeden Fall, falls ihr gar nicht wisst, wovon ich rede. Young Sheldon ist eine US-amerikanische Comedy-Serie und es ist ein Prequel der sehr bekannten Sitcom Big Bang Theory. In Big Bang Theory ist unter anderem Hauptcharakter Sheldon Cooper ein hochbegabter Physiker und Young Sheldon zeigt seine Kindheit. Also während Big Bang Theory lernen wir auch schon so seine Mutter kennen und er erzählt sehr, sehr viel aus seiner Kindheit, dass er 100 Klassen übersprungen hat und so weiter. Und bei Young Sheldon bekommen wir endlich Einblick in seine Kindheit. Ja, das ist es auch eigentlich. Young Sheldon ist so eine typische Comedy-Sitcom. Ich glaube, die Folgen sind so 20 Minuten lang und es wird das Leben des kleinen, hochbegabten Sheldon gezeigt, der mit seiner Familie in Texas wohnt. Seine Mutter eine religiöse Baptistin und sehr konservative Baptistin, also die schaut genau nach Recht und Ordnung, was ist angebracht und was nicht. Dann sein Vater, der so ein biertrinkender, gutmütiger Hänger ist, so würde ich es einfach mal sagen. Und der ist Coach an der Schule, an der Sheldon anfangs zur Schule geht. Dann gibt es noch die absolut witzige und situationskomische kleine Zwillingsschwester von Sheldon. Eine, also wirklich mit meinem absoluter Lieblingscharakter. Ich liebe dieses Kind einfach. Ich muss so lachen ganz oft bei der. Dann hat er noch so einen älteren Teenie-Bruder, der sich halt eigentlich nur so um Partys, Autos und Girls schert, sage ich jetzt mal. Und seine Mimo, Mima, Mima, Mimo, wie nennt er sie denn, Mimo oder Mima? Seine Großmutter, die im Haus nebenan wohnt. Absoluter Lieblingscharakter, geilste Frau ever, sie lebt ihr bestes Life einfach, richtig coole Frau. Wenn ich Großmutter bin, möchte ich genau so eine Großmutter sein, der man alle Geheimnisse anvertraut und, keine Ahnung, Zigaretten über die Grenze von Texas schmuggelt. Ich liebe die einfach. Ja, die Serie zeigt einfach die Kindheit von Sheldon und das Leben innerhalb dieser Familie. Es dreht sich natürlich viel um Sheldons Hochbegabung und seine sehr spießigen Ansichten im Leben und seinen Werdegang in der Schule, wie er als kleiner Dötz dann irgendwann in der Universität sitzt und irgendwie alle 15 Jahre älter sind als er und wie das so für ihn ist. Aber halt auch um die komplette Familiengeschichte und die Geschichten der einzelnen Charaktere und für mich eine absolute warme Feelgutserie. Und ich wollte sie hier mit reinnehmen, weil ich so wenig über Young Sheldon höre. Ich habe das Gefühl, die ist irgendwie gar nicht so eingeschlagen. Und ich finde absolut unberechtigt, weil wenn man da erstmal so zwei, drei Folgen geguckt hat, finde ich, ist das die perfekte Folge, die man sich angucken kann, wo man sich einfach nur warm und umarmt fühlt, wie bei Friends oder New Girl oder all diese Serien, die man guckt, um sich einfach heimisch und familiär zu fühlen. Genau, deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. So, ich belasse es jetzt erstmal bei diesen fünf Serien. Ich werde in den nächsten Wochen noch ein weiteres Video drehen, wo ich euch die anderen absolut geilen Serien vorschlagen werde. Zwei Sachen wollte ich noch anmerken. Zum einen freue ich mich übertrieben, wenn ihr eure Serientipps unten in die Kommentare schreibt. Für euch untereinander, aber auch für mich, weil mir ist es, ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie eine gute Intuition, was Serientitel angeht. Also, ich habe richtig krasse Serien wie Shameless vor sieben, acht Jahren durch euch gefunden, weil ich dann, ich lese das so und ich sehe das Wort Shameless und denke, das klingt absolut nach einem Titel der Serie, die ich abchecken sollte. Und dementsprechend schreibt es euch unten rein, was eure liebsten Serien sind und dann können wir uns so austauschen. Ich mit euch, aber ihr auch untereinander. Und noch eine weitere Sache. Ich stelle hier in diesem Format Serien von allen Streaming-Plattformen vor, die ich konsumiere, weil ich habe so viele Streaming-Plattformen, unter anderem, weil ich dieses Format früher immer gemacht habe und das hat sich so durchgezogen. Und deswegen kommen hier halt Serien von Disney, von Prime, von Netflix, von RTL Plus, von Join, von Sky. Und es ist natürlich super viel und mir ist bewusst, jeder hat so seine vielleicht ein, zwei Streaming-Anbieter, die er nutzt. Dementsprechend wollte ich nur noch mal sagen, falls ihr euch fragt, wo finde ich denn jetzt diese Serie, dann gibt es eine ganz tolle Seite, falls ihr die noch nicht kennt, die heißt werstreamt.es. Und da könnt ihr einfach draufgehen und den Serientitel eingeben und dann werden euch da drunter alle Streaming-Anbieter angezeigt, wo ihr diese Serie findet und ob die in der Flatrate mit drin ist oder ob ihr die einzeln kaufen müsst und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel manchmal so drei Serien-Empfehlungen habe, dann gebe ich zum Beispiel diese drei Serien da oben ein und sehe, Ah krass, okay, diese eine Serie habe ich in einer meiner Flatrates drin, die kann ich jetzt umsonst gucken und dann gucke ich die halt. Das war es von mir. Ich hoffe, das war nicht zu lang, aber ich will ja auch, dass ihr ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt. Ich danke euch, ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. Knutschi, Knutschi. Eure Jack Wusch. Ciao. 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 Vielen Dank.